Musik Offiziell gibt es im Gebiet von Marmalen 25 Höhlen, eine für luxemburgische Verhältnisse beeindruckende Zahl. Was den gesamten Komplex jedoch wirklich außergewöhnlich macht, ist die Tatsache, dass 95% der Tunnel und Kammern von Menschenhand geschaffen wurden. Dieses Element unterstreicht die Einzigartigkeit und den historischen Wert dieses erstaunlichen unterirdischen Kulturerbes. Die meisten Höhlen haben einen unbequemen Eingang und eine Erschließung, die nur selten eine aufrechte Haltung erlaubt. Im Inneren sind die Spuren der Ausgrabung durch Menschenhand deutlich sichtbar. Ebenso offensichtlich sind die langen Stützmauern aus Bruchsteinen unterschiedlicher Größe. Sie dienten eindeutig dazu, die Decke zu stützen und mögliche Einstürze zu verhindern. In Höhlen wie dieser, die Schleif genannt wird, beträgt die Gesamtausdehnung weit über 100 Meter. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020